Was ist mein Fanny? Was ist mein Fanny? Der ist sehr, der ist echt zu lieb. Jeder Brüner ist auf der Fall, oder? Pass auf! Das habe ich gesehen. Bait, was auf! Achtung! 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 Dominik! 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 Achtung! 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 Mit einem Raum zurück, wieder. Die müssen auf jeden Fall bringen, gleich. Achtung! Achtung! so ist es ein bisschen wie das Bild, seid lieb und nett zueinander, geht um nichts, Außer mit einer grünen Erde. Die ersten drei Gesichter sind sehr hoch verbiert. Die sind eigentlich gleich da. Dann sind wir an die U-Räume. Wir mischen das noch. Da muss ich eh sagen, der Kameradspielschul ist sehr stark. Der hat doch Wasser in den Füßen. 1-0. 1-0. 1-0 steht für die U-Räume. 1-0. 1-0 steht für die U-Räume. 1-0 steht für die U-Räume. Vielen Dank.